Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie und zwar gucken wir uns heute jetzt mal das neue Shovel Knight an. Shovel Knight ist aus einer Kickstarter Kampagne hervorgegangen, welche ungefähr im letzten Jahr gestartet wurde und wurde jetzt gestern veröffentlicht für die Baker wie auch für die offiziellen. Das bedeutet im Prinzip, man konnte es auch sogar schon beim Steam Sale kaufen und wir werden uns das ganze jetzt mal so ein bisschen angucken und mal gucken, wie weit wir kommen. Das ganze ist halt natürlich sehr oldschool gehalten. Es ist eine reine Tastatursteuerung ist möglich. Nehmen wir uns mal Profil an. So. Und dann. Und confirm. Jetzt. Dann wollen wir mal loslegen. Long ago, the lands were untamed and roamed by legendary adventurers. Oh, brighter. Of all heroes, none showed brighter than Shovel Knight and Shield Knight. But their travels together ended at the Tower of Fate, when the cursed amulet brought a terrible magic. When Shovel Knight awoke, the tower has sealed. The Shield Knight was gone. His spirit broken. A grieving Shovel Knight went into a life of solitude. Ah, jetzt sagt er hier auch Enter to skip. Aber ich glaube, damit überspringen wir das ganze Video. Sagt er hier auch noch ein bisschen. But with our champions, the land was sized by a wild power. The enchantress and the order of no quarter. Da hinten sehen wir den King Knight also in der Mitte. Mitte links. Dann gibt es den Mercanary, den Gift, den Feuer und den Unterwasser Knight. Now the tower is unsealed and the Vestation blooms, a new adventurer is about to begin. Ein wenig mehr Speed bei dem Video wäre natürlich schon ganz schön gewesen. Sieht dann so aus, als ob das Spiel bei mir lenken würde, aber in Wirklichkeit ist einfach das Video ein wenig langsam. So, die Steuerung ist ganz klassisch, W-A-S-D, mit J kann man halt Aktionen durchführen und mit K kann man springen. So, dann wollen wir mal gucken. Hier gibt es Gold. Und hier können wir uns dann aus diesem Erdhaufen quasi das Geld rausschaufeln. Mit dem Geld können wir uns dann später auch Upgrades zum Beispiel holen, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Wichtig ist nur, man kann halt die Gegner wirklich nur mit der Schaufel töten, drauf springen und Co bringt hier an der Stelle wirklich gar nichts. Also wer an solchen Spielen, an solchen Klassikern quasi richtig Spaß hat, der ist ja eigentlich ganz gut aufgehoben. für die Leute, die nicht so der Fan von sind. Na, wie geht das? Ah, okay. Ah, ja, okay. Hoch springen und dann Y. Äh, hoch springen und dann mit S nach unten. Das sorgt dann dafür, dass der Schaufeln leidt, dass seine Schaufel quasi nach unten hält. Bist du ein Feind oder bist du ein Freund? Du bist ein Feind. Gut, dass ich aus meinen Fehlern lerne. Ich bin doch schon ein bisschen begeistert. Also, hey. Ah, okay. Ich glaube, ich habe da eine Vermutung. Also mal kurz warten und... Jawohl. Okay. So, langsam kriege ich ja den Dreh hier raus. Und du siehst mir auch sehr feindlich aus. Nein, das war wohl ein Safe-Bot. Ja. Super Sache. Habe ich schon mal erwähnt, dass meine Zeiten von Mario ein wenig hinter mir liegen? So. Hm, das mit Mario. Das hatte ich bereits erwähnt, oder? Na? Na, okay. So. Gucken wir mal es nochmal. Ja, bitte. Ich muss mich immer erst dran gewöhnen, weil an sich ist das Spiel an manchen Stellen ein wenig langsamer, als man es erwarten würde. Auch von den heutigen... Also, wenn man sich jetzt so überlegt, vom heutigen Standard her, ist ja vieles etwas schneller. Bäm. Und deswegen muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, dass es halt hier so ein bisschen diesen kleinen Delay gibt. Ich werde langsam mutiger. Merk das. Und das sieht mir wie so eine Boss-Area aus. Ja. Ist ja super. Oh, das läuft doch ganz gut. Okay, das war anscheinend deutlich der Boss. Das war wohl nur so ein kleiner Zwischenboss. Aber der ging ja eigentlich. Ja. Ah, cool. Okay, das läuft. Wenn man sich so ein bisschen an die Steuerung dran gewöhnt hat, dann geht's eigentlich. Das ist halt erst mal so ein bisschen ungewohnt, aber... Ansonsten ist echt eine ganz coole Sache. Okay. Ansonsten sprengen diese Teile dann den ganzen Weg frei, oder? Wie sehe ich das? Ach ne, das sind einfach instabile... Ja. Ja, die werden schon ein bisschen härter. Die können schon mal zwei Schläge vertragen. Boah, wisst ihr, woran mich das erinnert? Das erinnert mich massiv an, ähm... Ach, wie hieß es denn? Ah, Megaman. Megaman. Megaman, genau. Das hab ich damals so... So geliebt, das Spiel. Gefühlt Wochen damit verbracht, Megaman durchzuzocken. Und dann immer wieder an demselben Gegner gescheitert. Das war... Das war so hart irgendwann. Oh, was haben wir denn hier? Okay. Wir haben mal eine Note gesammelt. Ist das jetzt eine Melodie, oder was ist das? Oh, was ist das? Keine Ahnung. Okay, der Gegner spawnt das Skelett anscheinend nicht mehr. Zack. Ja, auch gut. Gibt's wieder... Gibt's wieder Geld. Jetzt ist die Frage... Wenn ich jetzt hier mal... Mit E... Kann ich hier durchgehen? Okay, was haben wir hier? Music Sheets return 0 von 46. Visit the Bard to return the Music Sheets. Okay. Was haben wir überraschen was, was mir das bringt. Wahrscheinlich kann man damit irgendwas freischalten später. Fuchur. Oder eher Tabaluga. Jawohl. Ja, Mist. Wo kommst du denn da drüben hier? Bevor wir da hingehen, habe ich da oben, glaube ich, was entdeckt. Aha. Geld. So, was gibt's hier unten? Okay. Ah, Leben. Ich bin eher noch... Mal gucken. Vielleicht gibt's hier oben auch noch was. Und... Lohnt sich also auch hier oben mal ein bisschen durchzugehen. Zwar nicht so viel, aber wenigstens etwas. So... Ich denke, da müsste bald wieder ein Bossraum kommen, wenn ich das so richtig sehe. Wir haben ja eben erst diesen Drachen gehabt, aber das sind ja einige Räume her. Ich denke, da wird jetzt bald wieder was kommen. Okay, da haben wir wieder Tabaluga. Kann der auch schießen? Nein. Okay, dann gehen wir erstmal nach rechts. Da sieht's aus, als ob es irgendwas gibt. Zumindest kann man da noch die Edelsteine mit abgrasen. Ganz zu schweigen von dem, was sich hinter verbirgt, eventuell. Okay... Ich weiß jetzt nicht, ob's hier da drüben... Ja, probier mal erstmal da drüben. Okay. Ah, müsste nicht schnell genug nach unten hinziehen. Oh. Hier mein Freund. Okay. So... Das war glaube ich nicht so intelligent, dass wir... Doch. Ah, cool. Man kann also auch solche Wände zerstören. Das heißt... Das kommt Leben, jawohl. Das heißt, wir könnten nochmal hier runter gehen und gucken, ob wir die Wand hinter dem Skelett kaputt bekommen. Mann. So... Das sieht mir eher so aus wie ein kleines Versteck, da gucken wir erstmal, was hier oben gibt. Cool. Schatztruhe. So, läuft. Und hier oben gibt's ja einen Safe Point. Ich hab das Gefühl, wir müssten da unten nochmal gucken. Ja, wir gucken erstmal unten. Vielleicht gibt's da nochmal was cooles. Zack. Wir wollen hier ja alles mitnehmen, was es geht. Deswegen schauen wir nochmal da hinten. Ich glaub, die sind schon voll bei uns, ja. Macht aber nichts. Nehmen wir nochmal mit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es macht mir einen Heidenspaster-Spiel. Auch wenn man jetzt behaupten kann, ich wäre nicht ganz unparteiisch, da ich ja das Spiel mitfinanziert habe über Kickstarter. Aber ich meine, ich werde jetzt ja nicht am Gewinn beteiligt oder sonst was. Von daher bringt es mir nichts. Muss aber ehrlich gesagt sagen, ich bin echt positiv überrascht. Eigentlich bin ich ja nicht so der Plattformer-Freund. Weil's davon ja schon echt ne ganze Menge gibt und irgendwann wird's auch einfach zu viel. Aber die Variate, die gefällt mir doch ganz gut. Ach, wir werden sterben. Ah, ich wusste doch, dass es sich lohnt. Oh, das geht da ganz gut mittlerweile. Okay, das heißt, wir haben so eine geheime Note entdeckt. Dann kann ich eben auch mit bestem Wissen und Gewissen wieder rüber gehen. Ja, typisch. Auf der Ecke, wo ich schon tausendmal war, sterbe ich natürlich nicht. Aber hier kriege ich natürlich eine verbunden. Okay, so. Mal gucken. Vielleicht müssten wir ja wahrscheinlich das erste Level hinter uns haben. Dann können wir nämlich mal herausfinden, was es da noch so schönes hier gibt. Ich denke mal, mit dem Geld werden wir auch schon irgendwas anfangen können. Ich wette, dass der Gegner irgendein Drache ist. Der Zwischengegner ist ein Drache. Hier sind lauter kleine Drachen, die uns immer mehr entgegenströmen. Das sieht ja aus, ob da drüben was wäre. Aber ich glaube, das ist einfach nur Deko hier. Ja, bestimmt. Ah, wieder ein Zwischengegner. Ah. Nicht schnell genug gewesen. Oh, da muss ich nur aufpassen, dass ich jetzt hier nicht gleich in die Grube falle. Oh, was ist das denn? Ein großer blauer Topf. Ist das so eine Art Mana? Und jetzt wird es nur nicht, wie ich es einsetzen sollte. Oh nein. 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 Verdammt. Nein. Nein. Kurz vor dem Ende auch noch. Wir scheinen aber nicht allzu viel Geld verloren zu haben. Nur unsere Würde ist angekratzt. Also, sorry, nicht allzu viel. Was mir so ein bisschen fehlt, ist so eine Funktion, dass Shovel Knight rennen kann. Das wäre natürlich noch ganz cool, wenn er ein bisschen rennen könnte. Weil an manchen Ecken würde ich mir schon ein bisschen mehr Speed wünschen. Ah, nein. Nein. Er nun wieder. Das hat sich nicht mehr so gelohnt, aber den hatten wir ja vorhin schon mal gehabt. Okay. Der ist ja nicht allzu intelligent gewesen, der Kamerade. Okay. Der ist ja nicht allzu intelligent gewesen, der Kamerade. hat uns also indirekt was gebracht. Zack. Ich nehme auch schon mal alles mit, wenn wir schon mal hier sind. Oh, da ist noch ein. Na, ich wollte schon gerade sagen, hier gibt es garantiert noch mehr. Und? Sonst noch andere? Ne. Da haben wir wieder so eine Wegsprengwand. Sehr gut. Geld. Geld, 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 Geld. Geld. Okay. So, und weiter geht's. Komme ich da hinten? Ja. Ganz knapp. Links. Da gibt es garantiert was Gutes. Brauche ich dafür den Drachen? Ich glaube, ja. Hm? Ah, okay. Ich muss also erst an die Truhe noch rangehen. Zack. Schade, ich habe gehofft, wir kriegen noch eine Note. Ah, gut. So kriegen wir sie schneller kaputt. Da ist auch schon der ominöse Vierte-Safe-Point. Also gibt es hier wahrscheinlich gleich den Boss-Fight. Ja, da ist er. Oh, Black Knight. I know you should your face sooner or later. Show your face sooner or later. ... ... Er ist wohl nicht unser Freund hier. ... 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 Na komm, mach was. Na, das geht doch. Na, ich sollte mich nicht zu früh freuen. Jawohl. Immer wenn ich mich anfange zu freuen, passiert irgendwas und ich verliere ein bisschen Leben. Verdammt, Angst. Na, geht doch. Fast 5000. Ups, nein, das war nicht weiter. Verdammt. Oh, er hält seinen Klappspaten in die Luft und freut sich wie einer vom Bund direkt nach dem Gruber ausheben, aber irgendwie lässt er ihn einfach mal entkommen. Oh, Shield Knight. Ja, der wird bestimmt sehr sanft aufkommen. Catcher? Na, los. Ah, unser Kamerad hat nur geträumt hier. Junge, dein Handy geht. Wach mal auf. Hm? Ah, ja. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. Oh, leo. So weit, so gut, aber geht's jetzt hier weiter? Ich denke mal, wir müssen gleich weiterlaufen und sehen uns hier im neuen Gebiet. Ich würde aber zu gerne mal wissen, was wir mit dem Gold anfangen können. Weil hier im Menü sehe ich jetzt nichts. Und bei dem Wheelax ebenfalls nichts. Oder? Warte mal. Nee. Naja. Wir werden es uns auf jeden Fall weiter angucken. Und ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge, sonst wird das heute alles jetzt lang. Und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ihr habt einen guten Einblick in das Spiel bekommen. Und ansonsten, bis bald. Macht's gut. Und dann, bis bald. Und da. Und dann, bis bald.